Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuesten Video. Ich stelle euch heute die Social Media Agency Akademie vor von Max Weiß. In dieser Akademie geht es darum, eine Agentur aufzubauen. Und Max Weiß geht auf alle einzelnen Schritte ein. Er zeigt dir, hey, warum solltest du eine Agentur aufbauen? Warum ist eine Agentur nicht das, was du machen solltest? Und so weiter und so weiter. Bevor wir dieses Video starten, du findest auf jeden Fall hier auch meinen Blogartikel. Ich werde dir diesen Blogartikel in der Videobeschreibung verlinken. Also dann starten wir jetzt auch mal. Also wie ihr sehen könnt, ich habe alles hier durchgearbeitet. Ich werde euch als allererstes das erste Video zeigen, damit ihr auch schon mal einen exklusiven Einblick bekommt. So, hi und herzlich willkommen hier in diesem allerersten Video. Und ich möchte heute in diesem ersten Video wirklich mal auf so ein paar allgemeine Dinge zum Thema Social Media Agentur geben. Und generell gleich mal so am Anfang gesagt, schaut wirklich, dass ihr alle Videos, die ihr jetzt hier bekommt, wirklich von Anfang bis zum Ende schaut. Ich habe mir nochmal explizit Gedanken gemacht, was sind wirklich so die Key Points, wie man eine Social Media Agentur aufbauen kann oder wie man auch seine bestehende Social Media Agentur skalieren kann. Und genau diese Top Key Points, die ich in den letzten zwei, drei Jahren komplett aus der Praxis gelernt habe, gelernt habe, wo ich mittlerweile über 300 Leute gecoacht habe, all diese Erfahrungen habe ich mir nochmal rausgepackt. Das heißt, hier ist Wissen von meinen Mentoren drin und wirklich aus den letzten paar Jahren Erfahrung im Bereich Social Media Agentur. Ihr werdet hier nicht nur lernen, wie man eine Social Media Agentur erfolgreich aufbaut, sondern ihr werdet auch lernen, warum 95% der Social Media Agenturen da draußen eben nicht erfolgreich sind. So, generell will ich jetzt mal so ein bisschen darauf eingehen. Wie gesagt, schaut wirklich alle Videos bis zum Ende. Das ist genau das Einzige, was ich wirklich in dieser Academy von euch will, dass ihr euch wirklich von Anfang bis Ende alles anschaut. Und deswegen legen wir jetzt auch gleich direkt los. Generell vielleicht mal ganz kurz dazu, für die, die mich noch nicht kennen. So, jetzt geht er halt darauf ein, wer er überhaupt ist, was für Erfolge er hat. Danach geht es darum, was für ihn persönlich das beste Geschäftsmodell ist. Das ist natürlich eine Agentur, ist ja auch klar. Und dann geht es halt darum, warum du eine Agentur gründen solltest, aber auch warum du eine Agentur nicht gründen solltest. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Aber gut, dann gehen wir mal jetzt auf die einzelnen Module ein. Modul 2, Neukundengewinn. Da geht Max Weiss darauf ein, wie du ganz viele Neukunden im Internet gewinnen kannst, wie du das teilweise kostenlos machen kannst, wie du das mit Facebook-Ads zum Beispiel machen kannst oder wie du das auch offline machen kannst. Modul 2 geht halt alles rund um das Thema Neukundengewinn. Dann Modul 3, das Business-Modell. Also er erklärt dir, wie er es macht. In Modul 3 geht es halt darum, wie du halt mit einem Einsteigerprodukt deine Kunden sozusagen von dir selber überzeugst und wie du dann aus deinen Kunden halt möglichst viel Geld rausholst. Genau. Also im Endeffekt zeigt er dir halt, mit was für Einstiegspreisen er starten würde und wie er das dann hoch skalieren würde. In Modul 4 geht es halt darum, um das Thema Verkauf und Vertrieb. Das bedeutet, am Anfang, wenn du eine Agentur startest, solltest du alles selber machen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel den Vertrieb outsourcest an jemand anderes, dann musst du natürlich auch verstehen, wie der Verkauf funktioniert. Weil du kannst niemanden einstellen zu einem Thema, worüber du überhaupt keine Ahnung hast. Weil dann weißt du ja auch nicht, ob die Arbeit, die dein Angestellter tut, auch wirklich gut ist. Das ist ja irgendwie auch klar. So, im Modul 5 geht es ums Verkaufsgespräch. Dort zeigt er dir, wie du halt Schritt für Schritt deinen Kunden von deiner Dienstleistung oder deinem Produkt überzeugst. Im Modul 6 geht es darum, wie Facebook und Instagram funktionieren. Das heißt, er gibt dir Tipps, wie du organisch gut wächst. Er gibt dir Tipps, wie du deinen Kanal monetarisierst und wie du generell durch Facebook oder Instagram mehr Kunden gewinnen kannst und auch dementsprechend auch mehr Geld verdienen kannst. Im Modul 7 geht es darum, wie du erfolgreich einen Instagram-Kanal aufbaust. Und das geht tatsächlich auch ohne Agentur. Das kann man alles kostenlos machen. Und da gibt er dir auf jeden Fall sehr viele Tipps, wie du das am besten und am erfolgreichsten schaffen kannst. In Modul 8, Agentur skalieren, geht es halt darum, wenn du jetzt die ersten Kunden gewonnen hast, alle Prozesse einmal durchgegangen bist, sei es der Verkauf oder sei es die Kundenakquise, dann geht es darum, deine Agentur zu skalieren, indem du Mitarbeiter einstellst und immer mehr outsourcest und das immer größer machst und immer mehr in verschiedenen Bereichen gehst und so. Denn du kannst eine Agentur jetzt nicht, du kannst eine Agentur halt auch in vielen verschiedenen Bereichen aufbauen, sei es Fitness, sei es Dating oder sei es zum Beispiel Geld verdienen. Genau. Modul 9, Digistore Geld verdienen. Ist ein spannendes Modul. Da spricht er halt darüber, wie man halt mit einem Instagram-Kanal ja, möglichst viel Geld verdienen kann. Wie er selber das alles aufbaut. Da hat er eine ganze PowerPoint-Präsentation aufgebaut und dort erklärt er dir alles wirklich Schritt für Schritt, wie du halt mehr Geld mit deiner Reichweite verdienen kannst. So, Modul 10. Wahrscheinlich einer der wichtigsten Module. Kenne deine Zahlen, weil wenn du weißt, wie viele Ausgaben du hast, wie viel Cashflow du hast, wie viel Einnahmen du hast, dann weißt du auch, was du machen kannst, was möglich ist und wo du hin möchtest. Deswegen, Modul 10, sehr, sehr wichtig. Kenne deine Zahlen. Und das letzte Modul ist der langfristige Erfolg. Da geht es einfach darum, dass Max Weiß nochmal seine persönlichen Erfahrungen mit euch mitteilt, also wie er die letzten Jahre so erfolgreich geworden ist. Das ist eigentlich die Akademie. Die kostet knapp 7 Euro. Also für mich ist das eine absolut geniale Entscheidung, das zu kaufen, weil wenn dich dieses Thema wirklich interessiert, du bekommst für 7 Euro alles rund um das Thema Agentur. Finde ich sehr, sehr interessant, dieses Geschäftsmodell. Ob das zu einem persönlich passt, muss man natürlich immer selber schauen. Mann. Vielen Dank.